Willkommen zu einem neuen Tipp-Video auf meinem Kanal. Heute mal den 11. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Fangen wir an mit der ersten Partie am Freitag. Eintracht Frankfurt gegen Gladbach. Gladbach ist weiter in der Champions League, wird auf Manchester City treffen. Ja, Manchester City, SGE ist nicht dabei. Aber wir wollen jetzt nicht um Europa League, Europa League, ja moin Gladbach, Europa League, die sind gerade in der Champions League. Riesen Respekt an alle Gladbach-Fans. Herzlichen Glückwunsch, dass ihr im Achtelfinale der Champions League seid. Aber das ist jetzt hier nicht das Thema. Ich sehe hier Gladbach halt bessere Mannschaft. Ich weiß nicht. Eigentlich müsste ich 1-1 tippen. Eintracht Frankfurt macht einen auf Werder Bremen und Wolfsburg Fusion und macht da einen unentschieden. Ja, keine Ahnung. Spielen gerne unentschieden. Genauso wie die anderen Mannschaften, die ich gerade erwähnt habe. Ich denke nicht, dass die unentschieden spielen werden. Gladbach finde ich hier eine stärkere Mannschaft. 1-3 für Gladbach. Hertha gegen Mainz 05. Kann nichts zu diesem Spiel sagen. Ich tippe einfach 2-0 für Hertha. Ich sehe Hertha als bessere Mannschaft an. Werder gegen BVB. Ich wollte eigentlich wieder auf Werder... Wieder auf Werder tippen? Ich wollte wieder gegen Dortmund tippen. Oder letztens habe ich gegen Werder... Dortmund getippt? Nein, nein. Hätte ich doch lieber gemacht. Meine Tendierung bei VfB gegen Dortmund war sogar, dass VfB Stuttgart gewinnt. Aber ich habe es nicht daran glaubt. Aber irgendwann muss Dortmund mal gewinnen. 1-2 gegen Werder Bremen. Und Werder Bremen. Ja. Bei denen läuft es nicht mehr so gut. Sie sind aktuell auf den 13. Platz. VfB gegen Union. Uh, ganz starkes Partie. Union hat beinahe gegen Bayern gewonnen. Hatte sehr viele gute Chancen. Ähm, wenn Union mit einem Sieg rausgegangen wäre gegen Bayern München. Ähm, keine Ahnung. Wäre es absolut verdient. Und VfB Stuttgart auch absolut verdient gegen Dortmund gewonnen. Also zwei, zwei Partien, worauf ich mich am meisten freue. Ähm, ja. Ich denke, es wird spannend. 2-2. Schalke 04 gegen SC Freiburg. Dazu sage ich nichts. Ähm, irgendeiner in den Kommentaren hat geschrieben, ich werde so oft für Schalke tippen, bis sie mal gewinnen. 1-0 für Schalke. Bayern gegen Wolfsburg. Darauf freue ich mich. Wird Wolfsburg, äh, die, ähm, ungeschlagen Serie von elf Spielen auf zwölf raufdrehen und weiterführen? Oder wird Bayern München sie schlagen? Ich sehe jetzt nicht Bayern München so stark an wie vor, äh, paar Monaten. Und ich sehe, ja, bei Wolfsburg läuft es zur Zeit. Mit Leverkusen ungeschlagen. Und das heißt schon was seit elf Spieltagen. Ich denke nicht, dass Wolfsburg gegen Bayern München gewinnt. Aber ich glaube an einen unentschieden 1-1. TSG gegen, obwohl, weiß ich, warte mal, nochmal, gehen wir nochmal zurück bei Bayern Wolfsburg. Weiß ich nicht. Bayern hat, glaube ich, schon seit ein paar Spieltagen nicht gewonnen. Ich weiß nicht, ob irgendwann Bayern doch Bock hat. Und Ansi Flick hat auch gesagt, das sind große Punkte, wenn man gegen Wolfsburg drei Punkte holt. Ich, ich, also als Wolfsburg-Fan tippt man nicht gegen den eigenen Verein. Ich sage 1-1. TSG Hoffenheim gegen RB Leipzig. El Plastico. Bestes Game. Gucke ich mir gerne, äh, an. Ein Glück, ist es nicht, ist es Sonntag? Ich hoffe, es ist nicht Sonntag. Ich gucke mal nach. Spieltag? Also, ja. Es ist englische Woche. Lost. Noch, äh, auch vergiss das gerade, was ich mit Freitag, äh, Spiel gerade bei, ähm, Eintracht Frankfurt gegen Gladbach gesagt habe. Das ist, äh, in der Woche. Noch schlimmer in der Woche, ähm, ein Spiel zu sehen, das Hoffenheim gegen RB Leipzig, äh, heißt. Keine Ahnung. Ich tippe hier einfach 0-2 für Leipzig. Köln gegen Bayer 04 Leverkusen. Dazu brauche ich nichts sagen. 0-3 für Leverkusen. Bielefeld gegen Augsburg. Augsburg geile Transfers. Und, ja, 1-2 für Augsburg. Das waren meine ganzen Tipps. Ich möchte vorab nochmal sagen, alles, was ich hier sage, ist nur meine persönliche Meinung. Und ich bin kein Fußball-Experte. Einige Leute denken, ich bin hier Fußball-Experte, weil ich einen Fußball-Kanal habe. Das bin ich nicht. Ich mag halt Fußball, rede gerne über Fußball und diskutiere halt. Es kann sein, dass ich viel Scheiße laber, aber meistens ist es entweder meine Meinung oder ich habe einfach nur Bock, ähm, ja, meine Meinung rauszuhauen. So, wenn es nicht, ähm, eure Meinung entspricht, äh, ja, dann tut mir leid, denn die abonniert mich. Oder schreibt eure konstruktive Kritik in den Kommentaren. Ähm, ich liese gerne Kritik und, ähm, öfters, ja, gebe ich euch recht und versuche, die zu verbessern. Also, kein Problem. Dann schreibt mal eure Tipps gerne in den Kommentaren. Ich werde die manchmal, äh, die meisten an der Seite einblenden. Bitte den Kommentar nicht bearbeiten, denn wird er nicht mehr hinzugefügt. Ähm, der zählt dann nicht. Weil ihr könnt dann, ähm, am Ende des Spieltags nochmal zurückgehen und dann den nochmal bearbeiten und dann sind alle Tipps plötzlich richtig. Ist ein bisschen auffällig, aber bitte macht sowas nicht. Wenn ihr euch beschwert, warum ist dieser und dieser Kommentar nicht dabei? Ähm, denn weil der bearbeitet worden ist. Wenn ihr einen Kommentar auszusehen bearbeitet wegen Rechtschreibfehler und so, löscht den Kommentar und schreibt ihn dann nochmal. Aber, wenn es, wenn die ganzen Spiele schon vorbei sind, dann dürft ihr, ja, leider nicht mehr, äh, eure Tipps in den Kommentaren schreiben. Ihr könnt dann was anderes reinschreiben. Ähm, Tipp, schreibt einfach eure Tipps in den Kommentaren, das pusht vielleicht den Algorithmus. Ich labere jetzt ein bisschen, äh, viel hin und her. Ähm, ja, was eure Meinung, bis zum nächsten Mal und ciao. Und dann, bis zum nächsten Mal.